Guck mal hier, Löwen Frankfurt und die Kochwerkstatt Wiesbaden. Heute VIP Catering. Wir bauen gerade auf. Wir sind in der Löwen Lounge zu Gast und ich wollte euch auch hier dran mal kurz teilhaben lassen, wie es hier so aussieht. Da ist der Admin und der Marcel ist noch da und wir bauen hier gerade lecker Gläschen auf. Daher gibt es was Gutes zu essen. Ja, ich wollte euch nochmal zeigen, wie es hier so aussieht. Ich drehe mal die Kamera. Ja, ziemlich cool. Hier gibt es zwei Bereiche, einen oben, einen unten. Und ja, hier sind illustre VIP-Gäste, unter anderem natürlich auch von uns, zusammen mit vielen anderen Firmen. Hier ist die Kochwerkstatt. Ja, und das wollte ich euch auch mal zeigen. Hier bin ich wieder. Guck mal. Und, ist doch ganz geil, oder? Sieht gut aus. Hey Marcel, Admin. Ja. Sag mal Hallo zu YouTube. Moin. So sieht das hier aus. Ah ja, dann. Viel Spaß. Danke fürs Zugucken. Bis bald.